Hallo Leute, Apple hat eine neue Version von WatchOS veröffentlicht, nämlich WatchOS 4 und ich habe mir die Beta 1 bereits auf meine Apple Watch geladen. Ich zeige euch in diesem Video, was sich so alles verändert hat und was Neues dazugekommen ist. Die erste und vielleicht größte Veränderung findet sich bei den Watch Faces. Da haben wir zuerst einmal das neue Watch Face Kaleidoskop. Vielleicht kennt ihr oder wisst, was ein Kaleidoskop ist. Das Ganze ist jetzt in dieser Form auf die Apple Watch gekommen und lässt sich hier auch ändern. Man kann hier, soweit ich das gesehen habe, auch eigene Fotos nehmen und dann wird das Ganze eben mit diesem Effekt versehen und sieht dann eben aus, als ob man das durch ein Kaleidoskop betrachten würde. Aber das größere Highlight für mich ist hier das Siri Watch Face. Da kann man einfach über diesen Button Siri aktivieren, aber das ist nicht unbedingt das Wichtigste. Was mir hier noch besser gefällt ist, dass euch Siri hier intelligent Dinge zeigt, die euch jetzt interessieren könnten, sage ich einmal. Oder das, was ihr als nächstes wahrscheinlich brauchen werdet. Also Siri agiert hier wirklich als proaktiver Assistent und versucht zu verstehen, was ihr als nächstes wollt und das wird dann hier in dieser schönen Liste angezeigt. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und die Zeit wird zeigen, wie gut Siri diese Vorschläge dann auch macht. Wenn wir hier einen kurzen Blick ins Control Center werfen, seht ihr ein Taschenlampensymbol und das finde ich besonders lustig. Ihr könnt einfach das Display ganz hell leuchten lassen und es dann eben als eine Art Taschenlampe einsetzen. Finde ich ganz lustig. Ich glaube, wenn wir ein Apple Watch haben, haben wir auch ein iPhone und wenn wir ein iPhone haben, dann haben wir auch eine Taschenlampe. Also wird das jetzt vielleicht auf der Apple Watch nicht so notwendig sein. Dann komme ich hier gleich zur Trainings-App. Hier sind jetzt eine ganze Reihe von neuen Trainings dazu gekommen, aber es sind auch natürlich die üblichen Trainings da. Das Ganze hat auch neue Icons bekommen und sieht auch ein bisschen schöner animiert aus. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Radtour starte, dann wie ihr seht, oben sieht man dann so einen kleinen Radfahrer. Das finde ich auf jeden Fall optisch nett gemacht, diese Animation. Eine nächste Veränderung findet sich in der Aktivitäten-App. Da sind wir hier noch ganz am Anfang, weil ich die Apple Watch eben neu aufgesetzt habe. Aber wenn wir hier mal auf Los geht's drücken, dann haben wir hier den üblichen Aktivitätsring. Und was sich hier verändert hat, ist, dass euch die Aktivitäten-App einfach ein bisschen mehr motivieren soll, diese Aktivitätsringe zu füllen. Als nächstes werfen wir einen Blick in die Musik-App. Die soll nämlich auch überarbeitet worden sein mit einem neuen Design und einer neuen Ordnung. Wie ihr sehen könnt, es sieht zumindest nicht so aus wie vorher. Das hat hier eindeutig eine neue Ansicht bekommen und es lässt sich auch anders durch eure Playlists hier durchscrollen. Finde ich besser gemacht auf jeden Fall. Was hier noch neu ist, ist, dass Playlists intelligent und automatisch erstellt werden, je nachdem, was für Musik ihr gerne hört. Und das ist dann automatisch auf eurer Apple Watch. Finde ich auf jeden Fall praktisch. Insgesamt kann man also sagen, dass sich WatchOS 4 sehr viel automatisch um alles kümmert und versucht, euch zu verstehen. Also vielleicht ist das Ganze sozusagen dann ein bisschen persönlicher und versucht euch anhand dessen dann verbesserte Vorschläge zu machen, um euch ein bisschen unter die Arme zu greifen, um euch Zeit zu ersparen und so weiter. In der Beta 1 kann man das alles noch nicht so gut beobachten. Da muss man mal die Apple Watch eine längere Zeit damit benutzen und dann schauen, wie gut sich das entwickelt. Aber das werde ich auf jeden Fall bis zur Beta 2 machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt in die Kommentare und ich antworte euch gerne drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Euer Apple Pie.